Hey ihr Technikverrückten da draußen, willkommen auf dem Techniek Channel. Auf diesem Kanal möchte ich über meine Erfahrungen mit meinem Balkonkraftwerk berichten. Aufbau und Anschluss an das Stromnetz, Anmeldung beim Netzbetreiber, Registrierung im Marktstammdatenregister und natürlich meinen Langzeiterfahrungsbericht. Ihr seid smart home verrückt? Auch dann seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Das ein oder andere Produkt könnte hier vorgestellt werden. Ich würde mich über ein Abo freuen und vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Weitere Infos findet ihr auch auf meinem Online-Blog unter www.techniak.de Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Techniek Channel. Bis zum nächsten Mal.